Ulje Gaming ist wieder da. Und diesmal auch ohne singenden CC Joker. Hier wird schon wieder gequatscht. Mit denn in die Anmoderation, wie ich sowas überhaupt nicht abkann, ne? Ja, ich auch nicht. Aber ich kenn da so Leute, die machen das ständig. Nee, nee, kann gar nicht sein. Was ist das für eine Scheiße ist denn hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, da geht's ja richtig los. Den tret' ich den Arsch. Nee, doch nicht. Da schießt sich in den Kopf. Ja, mich werdet ihr nicht so schnell los. Leider. Ich hab ne richtig geiler Wummer. Eher gesagt zwei. Zwei Pistülchen. Würdest du sagen, wenn ich mein riesen Dildo schon nicht hab, dann muss ich mein richtigen Dildo benutzen. Bitte? Kann ich schießen? Ja, macht nix. Hui, da fliegen sie aber wieder. So, jetzt mal hier. Oh, das geht auch nicht. Oh. Ping, 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 ping. Hopp. Schön. Wo müssen wir hin? So. Aua. What the hell? We're moving. Why are we moving? Let's get to the bridge. Bridge? Nach Kinsey schauen zur Brücke gehen. Nach Kinsey schauen zur Brücke gehen. Hier ist aber so ein schöner Sitzsack. Ui. Oh, da fährt was runter. Gabriela. Oh, wir fliegen in die Sonne. Wie geht's denn, mein Schatz? Ich find's gut. Alter, lass die Puppe in Ruhe. Da fährt was. Da fährt was. So, wie können wir die bestimmte Puppe stoppen? Pfff. Hahahaha. If I were you, I would deal with the strange heat signature by the cargo bay first. Cargo bay? Fuck. Let's go! Frachtrampe, Frachtrampe. Ja. Hin und her. Geh du mal zur Frachtrampe. Ja, ja. Ich geh zur Frachtrampe. Muss er nach unten? Ja. Ich laufe geschwind. Ey. Es tropft rein. Oh. Wette, Shandy. Ja, wird gemacht. Wird gemacht. Ey. Aua. Der haut mich hier, die Sau. Kicke. In die Eier. In die Eier. Bäm, 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 bäm. Wo sind wir denn hier? Was macht der da? Was ist denn, du hast Bomben hier? Pfff. Bomben? Ja. Und sie sind bereit für die Blöden. Geräte überprüfen. Du denkst, was ich denkst? Na gut. Na gut. Na gut. Ich hab ne Bombe aufgenommen. Geh mal weiter auf, ne? Mach das. Ich hab ne Bombe aufgenommen. Wir sind aber falsch. Luftschleuse. Ich drück mal was. Mach mal. Ah, 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 ah. Aua. Ihr kleinen Schlappenherr. Geh wir doch mal auf den Weg, Wanda Omi. Wanda Omi macht das alleine. Wanda Omi geht mir auf den Arsch. Auf den Arsch geht sie dir. Ja, auf den Sack und dann auf den Arsch. Dann geht's auf den Arsch. Drück doch mal das Knöppchen. Du bist ein Knöppchen. Geht nicht. Ja ne, wir sind doch die Aliens töten, besorge dir eine Waffe. Ich hab doch einen. Aber nicht die Beste. War so eine Riesen-Waffe. War so eine Riesen-Waffe. War so eine Riesen-Waffe. War so eine Riesen-Waffe. Guck was ihr so kann. Oh ja. Kann man gebrauchen. Wanda Umi, weg. Mann. Mann. Nee. Umi. Nicht Mann. Wanda Umi, Mann. Was ist denn das für ein Scheiß? Wanda. 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 Ruhe! Umi rastet aus! Oh, das ist dicker. Au! Jetzt ist Feierabend. Wanda Umi, Mann. Jetzt rastet Umi aus. Gebiss raus. Und ballern, was das Zeug nennt. Gebiss raus. Altfranzösisch, alter. Näh? Hm? ich höre dir nicht zu mann du redest doch schon wieder unsinn jetzt schon wieder also da kommen bestimmt mehr oben als bei so einer kleinen bombe hier oben geht es übrigens weiter jetzt auch mal aufhören wir am ende vor die flinte zu laufen omi omi ich höre ja nur noch omi schießen wir auf den termi oder dicker ist kein dicker ist ein termi was gibt es denn hier so habe ich doch gar nicht aufwändig um solche komischen sachen zu kümmern wir müssen woanders lang oder wo bist du denn runter springen naja wird schon da packt ein staubsauger ein wir müssen raus geht das schon wieder schafft das da steht johnny oh button smashing ja wanda omi ist in gefahr die mich übersehen sehr geil gemacht was in a bad fuck you to sing jetzt geht es hier und finden Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es ist wichtig, zu erinnern, dass es der Storyteller ist, der entscheidet, wer der Hero ist, nicht Moralität. Aber während Philosophers über Jahre über die Ethik der Kinsey-Gambit haben, haben die Saints eine weniger verantwortliche Sicht. Keith David ist ein totes Mann. Alle Mann an Deck! Geschafft! Geschafft von Ulje Gehl. Das wäre jetzt das Publikum. Die haben wir schon lange geschafft. Nicht mal eingeschaltet. Auch gut. Die Schweine! Die sind alle Schweine! Das war's. Sieht so aus. Können wir aufhören. Fahr mal runter. Sag mal, was machen wir jetzt? Du darfst entscheiden. Oh, ich darf entscheiden. Ja, bitte. Sprich mit Matt Miller. Hm. Was ist denn das? Blablablabla. Gut, dass wir wenige Nebenaufträge haben, aber die interessieren mich gerade nicht so. Also. Also weiter. Sprich mit Matti. Ja. Geht nicht. Wo ist Matt? Matt! Wo hast du dich versteckt? Ich komme zu dir! Juhu, ich darf mitmachen. Äh, wo ist es denn? Matt, wo bist du? Da ist er. Ja. Ich werde mit ihm. Hab ich schon. Ach so, ich muss auch mit Matt Miller arbeiten. Shhh! Entschuldigung für mich. Ich sollte einen stärkeren Blick auf die Arbeit der ZIM-Programmung bekommen. Okay. Aber ich hätte besser etwas davon davon bekommen. Ja. Der sieht aus wie Jared Leto. Oder wie Lito, Leto, Leto, wie er heißt. Ja, bitte. Von 30 seconds to math. Das Mädchen, das die 50er hast, machen wir jetzt, ja? Was? Das Mädchen, das die 50er hast? Wo bist du? Was machst du? Du stehst hier mitten irgendwo dumm rum. Was ist da los? Ja, ich hab doch aber schon... Ja, bitte abgeschlossen gerade. Ja, und nun? Ja, das die nächste Hauptaufgabe wäre, das Mädchen, das die 50er hast. Ja, mach doch mal. Wollte ich doch gerade. Mach es doch. Hast mich doch dumm angemacht. So. Hopp. So, Kies. Was war runter? Ja, ich würde sagen nach Steelport. Hm. Der wird nie schlecht. Running Gag. Ähm, diesmal... Würde ich sagen in die Mitte, weil, ne? Ist, ähm... Ja, aber Sunset Park wäre das feste wieder. Ja, aber Sunset Park wäre das feste wieder. Ja. CC Joker wiederholt sich. Der wird auch nie schlecht. Ja, jetzt ist es da ist. Oh. 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 Ja. Ja. Ja, aber auch schneller. Wenn man ein Bedürfnis zu gewinnen. Dann schafft das nie. Ja. 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 Ja, ich will ja. Na? Ja. Ich muss nur eine Waffe nehmen, das wäre ganz schlau, ne? Oh, Junge. Ja, Moment. Dauert ein Stündchen. Oh. Wie fühl ich von dir? Ja, bitte. Habe ich gerne gemacht. Alter, was trischt mich hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, das ist deine Häschen da hinten. Deine Häschen, 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 Häschen. Ich mein Kätzchen. Wo bin ich denn hier? Ich springe doch gegen die Decke. Der schmiert so einen Kack Gravitations. Oh nein, haben jetzt unsere Kräfte hier verloren? Nö, eigentlich haben wir sie noch. Ich nicht. Oder? Ah, jetzt wieder. Ihr kleinen Scheiße, ihr. Warum kann ich die denn nicht nehmen? Na, dann friere ich den doch mal ein. Na, frier mal. Könnte man auch einen super... Super-Koop-Auftritt zeichnen. Oh, Pömpel. Ich pömpel meine Wunde. Ja, stink mal rum. Hui. Da war ich zu schnell. Sehr widerlich. Tot gepömpelt. Oh, hier geht's weiter. Nee, doch nicht. Wo ist er denn hin? Erstmal die letzten Wachen töten. Steht doch da. Jetzt ist Büro. Au, au. Auf die vierten Zähne. So geht man aber nicht mit einer Wonder-Omi um. Hmm. Hmm. Das sieht gruselig aus. Wunder, Omi, wie geht's dir? Ganz gut. Ich finde, wir sollten heute mal einen Trinken gehen. Ja. Das ist okay. Oh. Was ist da los? Roddy Piper. Ich glaube, wir müssen eingreifen. Aber nicht erschießen. Roddy Piper, den dürfen wir nicht erschießen. Steh nur Kies. Voll in den Schottenrock rein. Okay. 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 Hey, ich bin Roddy. Roddy Piper. Hey. Ich bin der Präsident des USA. Alter. Warum nicht? Fick dich. Scheine Schotte. Was machst du? Was machst du? Ach doch. Wir hätten das nicht ausgemacht. Oh. Ich habe ihn ans Geisel genommen. Was ist das? Was ist das? Ich bin der Ein Schottener. Was wird er mit einer Schottener? Er ist ein Mann mit einem Mikrofon. Was wird er tun? Meine Damen und Herren von Amerika. Die Gefahr ist gerade in fronte uns. Eine Alien-Presence hat über deine Freunde und Familie genommen. Keith, ich bin auf deiner Seite. Du musst mich vertrauen. Keith. Hört mich. Dieser Zinnjack-Guy ist Schade-Fuckern-News. So. Wo könnt ihr mich stehen? Oh. Ui. Da kommen wir wieder weg. Ich muss sie weg. Ich muss sie weg. Scheiß Zittkugel. Also. Laser kann man noch aufnehmen. Ja, das machen wir mal. Oh, das klingt ja gar nicht verkehrt. Du hast ihn gefunden. Ach hier. Einfach mal ordentlich Druck da. Äh, ne, da geht es nicht lang. Ich komme. Mit Wanda Ovi. Öffnen. das ist treppensteigen wie viele etagen hat denn das ding noch das geht noch so ein paar kilometer nach oben die waffe verloren muss man denn sie machen keine kräfte schießt immer auf die kugel müssen die kugeln zerlegen also auch die großen ja das ist mein gewehr jetzt weg jeder mal den nahkampf über macht das macht das sterbe ich habe ich gerade in laufmachricht da mache ich auch von einer waffe ist denn jetzt da ist eine große kugel gerade etwas wenig munition muss ich ja sagen so die kugeln sind weg immerhin darf nur eine große kugel ja ja muss ich gerade noch mal aufräumen weg damit hier deaktivieren so halten 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 deaktivieren deaktivieren oh nochmal helf mir mal was du denn ja jetzt muss man alles fähl mal alles jawohl da explodiert gerade alles rauskugelt sehr geil mich nicht also höchstens als zuschauer schnauze roddy piper war einer der besten wrestler die es gab ja 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 gab halt 50 50 60 hat er doch nochmal wieder in den ring so ein paar rettener sind doch eh dabei das stimmt warte da oben ihr könnt auch nochmal rein in den ring oh gott bitte nicht ja er lebt noch er lebt noch er lebt noch wir haben es wieder vollbracht jawohl super begleiter super begleiter und nur begleiter oh roddy piper geil ich wollte gerade sagen ich höre hier irgendeine musik guck mal her äh die sind am spiel verfügbar die musik in meinem spiel jawohl woher kommt denn sowas her die bullen schießt auch wenn die kraft äh ich würde sagen bullen umbringen was hältst du davon ja ist ok machen wir mal richtig randale hier ich würde mal sagen so ein super angriff wäre schon mal nicht schlecht ja ihr habt doch alle keine chance ey da wackelt es in meinen knien so was war es keine verstärkung was seid ihr für lutscher ich sage immer mal richtig randale machen wird nix polizei wo bleibt ihr denn die randalieren zwei ein wonder omi randaliert Dusche Kanz und Maus Koop Aktivität nein ich möchte das nicht starten oh da ist ein Unruherherd den könnten wir mal Findste? Ja. So, wenn man mit Unruhe hört. Da kann man mal, also hier, die Satelliten deaktivieren. Satelliten? Satelliten. Na, ich mach das eine Ding mal hier. Oh, da schießt du auf mich. Das ist eine Frechheit. Stier! Ich schieße auf mich. Tu mal was. Sag mal was. Ich mach hier gerade das eine Ding kaputt. Ja, ich bin gerade dabei. Einen hab ich gemacht. Einen hab ich schon. Einen hab ich schon. Der nächste ist jetzt dran. Oh, was warst du das? Du Affe! Warte! Ich war hier gerade am deaktivieren und da machst du deinen blöden Todesangriff. Ja. So, wo ist der letzte? Irgendwann ist es halt oben, habe ich gesehen. Was kann man denn da hoch? Na, erstmal sprengen. Hm, das war schlecht. So, dann laufen wir mal die Hauswand hoch, ne? Lauf mal. Oh, oh, jetzt kommt die Connection Payday wieder. Mit irgendeinem Updateraum wieder spielen? Bitte was? Ah! Wer spielt was? Der Brunster unter dir und ich spiel' Payday. Das ist ja unglaublich. Vielleicht haben sie einfach mal wieder Bock drauf. Ich könnte dir mal Hilfe gebrauchen, um so ein bisschen kicken. Ja, ich muss hier gerade mal wen in den Arsch anzünden. Wisst'n du, ach da oben. Wie komm' ich denn da hin? Ja, da kommt mal hin müssen. Oh, das ist ja wie anstrengend. Ich weiß zwar, du bist alte Schrapnelle. Ey, nix gegen alte Schrapnellen, ja. Ich bin ja schon gleich da. Wuppala! Ach, Alter. Nimm die, äh, die. Ich sterbe. Die Winchester, ja? Was? Die Winchester? Warum bin ich denn schon wieder? Ich habe doch gerade Munition eingesammelt. Ohne Eintracht. Was tust du? Sind alle weg? Sieht gut aus. Nee, der hier oben ist ja noch am... Nee, der hab ich schon kaputt gemacht. Nee, sind alle weg. Mach mal Wanda Omi. Ja, bin schon dabei. Hab meinen Arm schon ganz tief drin. Okay. So, das war's. Jetzt brauche ich Energie. Sonst brauche ich mich hier gar nicht runtertrauen. Jetzt gibt's einen Stampfer. Ich würde sagen, super Angriff. Wenn ich sehe, wo einer ist. Juhu! Tod von oben! War so richtig. Hui, gleich bin ich tot. Mach dir mal von hinten, mach dir mal von hinten. Hallo, ich habe gesagt, ich bin gleich tot. Brauch Energie. Oh. Tut mir leid, dass ich euch töten muss, aber ich brauche Energie. Alter, was ist denn das für eine Scheiße hier? Alter, wie... Na, endlich. So, wo ist es denn? Alter, wer schießt denn hier? Wie viel Drecksau ist denn das? Oh! Kommt das denn her? Ich hab gesagt, sind drei oder so. Ich bräuchte mal Hilfe. Ich bin da, er schießt gerade auf mich. Au! Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. La 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 la. Na ja, mir geht's auch gerade nicht so ganz gut. So, der eine rollt. Der rollt? Ich lenke ihn ab. Ui. Für Zeit. Wanda Omi. Wo ist denn der andere, den du ablängst? Ach da. Oh ne, der rollt. Was denn das für ein Mist? Weg hier. Mit diesem bisschen Energie, was ich noch hab? Ich brauche eine andere Waffe hier. Das quatzt mich nicht. Mach hin. Hallo, was willst du denn? Lass mich mal sagen, wo du bist. Auf ne Karte? Weiß ich, deaktiviere die Scheiße hier einfach. Was soll der Geiz? Ja, wenn das geht. Ich bin tot, ich brauche Hilfe, 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 Hilfe. Speichert, 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 speichert. Zwischensequenz, Zwischensequenz. Ich hab keine Zwischensequenz, ich sterbe. Ja, aber ich bin fertig. Belebe deinen Gegner in 18 Sekunden. Ui, das könnte knapp werden. Huch. Er hat ein bisschen an mir vorbeigefetzt. Bitteschön. So, und jetzt weg hier. Na gut. Ich würde sagen, das könnte es auch gewesen sein. Ja, dann verabschieden wir uns mal auf der Flucht, würde ich sagen. Ja, wir hauen ab und ihr geht ins Bett. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.